Gib einem Baum Zeit, Wurzeln zu schlagen. Gießen Sie den Baum nach dem Pflanzen so, dass die Erde den Wurzelballen gut umschließt. Dann wird der Baum anfangen, Wurzeln zu schlagen. Dies kann eine Weile dauern. Es ist sehr wichtig, den Baum während dieser Zeit nicht zu gießen. Erst wenn die ersten Blätter 5 bis 10 cm lang sind, können Sie den Baum wieder gießen. Beim persischen Schlafbaum zum Beispiel muss man viel Geduld haben. Wenn Sie ihn im Winter pflanzen, wird er erst sehr spät Blätter bekommen.